Hallo meine Sonnenreiter, das hier sind die News vom 30.05. Viel Spaß! Mögt ihr Kartoffeln? Dann solltet ihr unbedingt beim Kartoffelfest mitmachen. Das veranstaltet Mali jedes Jahr. Ihr könnt das Kartoffelrennen auf seinen Feldern ausprobieren und ihr könnt es bis zum 6. Juni machen. In Jovic City, genauer gesagt in Governors Fall, gibt es neue Kleidung. Dort gibt es zwei neue Sets für euren Reiter und für euer Pferd. Außerdem gibt es neue Schleifen in der Mall oben im Dekoshop. Wenn euer Kleiderschrank euch zu klein ist, dann wird euch das hier freuen. Es gibt jetzt einen größeren Kleiderschrank und zwar habt ihr jetzt 15 Reiter anstatt 10. Star Stable möchte einen komplett neuen Kleiderschrank machen. Da könnt ihr auf sämtlichen Social Media Kanälen eure Wünsche reinschreiben. Der Pferdemarkt in Forpinta ist wieder eröffnet. Helft gerne Eddy und Ferdinand und shoppt ein bisschen, wenn ihr wollt. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch haben die News gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!